Aus Tradition, immer mehr zu bieten, als nur zu versichern. Das ist Schunk. Wenn ich spontan an Oskar Schunk denke, fällt mir ein Erfahrung, Routine und guter Service. Flexibel, spontan, Mittelstand, tolle Menschen, sehr fairer Umgang miteinander. Die sehr positive Begleitung unserer Anfragen und das ging weit über das normale Versicherungsgeschäft hinaus. Tradition, die im letzten Jahrhundert mit einer bahnbrechenden Idee von Oskar Schunk begann, welche die Verkehrs- und Logistikbranche für immer veränderte. Schunk wurde zu dem führenden Spezialmakler für hochmoderne Versicherungslösungen und zu einem Partner für den Mittelstand, der die Sprache seiner Kunden spricht. Als ich das Geschäft von meinem Vater übernommen habe, hatte ich natürlich Ideen nach vorne zu gehen und dann brauchte ich einen zuverlässigen Partner auch im Versicherungsbereich. Mit den Jahren war Schunk immer auf unserer Seite und hat die Entwicklung mit uns mitgemacht. Stets auf der Seite des Kunden zu stehen, flächendeckend so aufgestellt, um im Notfall vor Ort sofort helfen zu können. Und ein Gesicht, ein fester Ansprechpartner für jeden Kunden. Das hat sich bis heute bewährt. Sehr konstruktiv, sehr fair, auch in Ernstfällen. Und da würde ich sagen, dass das gegenseitige Verständnis und sehr viel Fairness die ganze Zusammenarbeit umschreibt. Wir sehen ungemeine Vorteile, dass Oskar Schunk ein mittelständisches Unternehmen ist und wir ebenso ein mittelständisches Unternehmen sind. Wir sind bei Oskar Schunk keine Nummer, sondern wir sind der Partner auf Augenhöhe, mit dem wir uns sehr fair partnerschaftlich unterhalten können. Dass wir sie immer noch ganz pragmatisch direkt erreichen können, richtig Face-to-Face und das im Rahmen der Digitalisierung ist heutzutage eher rar, das schätzen wir außerordentlich. Ein mittelständisches Familienunternehmen zeichnet sich durch die Weitergabe von Werten über die verschiedenen Generationen aus. Dazu gehört Zuverlässigkeit, Traditionsbewusstsein, Kundentreue, aber insbesondere die Wertschätzung für Mitarbeiter und letztendlich auch die Tradition, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das ist uns gelungen, jetzt immerhin in der vierten Generation in dieser Art und Weise fortzusetzen. Schunk vereint menschliche und fachliche Qualitäten auf höchstem Niveau, mit fortschrittlichster Technik, die dem Zeitgeist entspricht. Und entwickelt die Versicherungsprodukte und Services von morgen. Immer mehr zu bieten, als nur zu versichern. Das ist Schunk. Die Versicherungspolitik und die Versicherungspolitik. Das ist Schunk. Vielen Dank.